Sehr geehrter Präsident, geschätzte Damen und Herren und nicht geschätzte zuhörende Personen und nicht liebe Menschen und Menscheninnen. Gendern regt die Menschen auf und wir Freiheitliche haben dafür vollstes Verständnis. Und ich selbst habe eine Petition eingereicht gegen dieses unsägliche Gendern und das kann noch jederzeit unter www.gender-wahnsinn.at unterstützt werden. Und wenn ich der Kollegin Furtscheller zugehört habe, dann wird man sich bei den Forderungen im vorliegenden Volksbegehren finden. Gendern darf nicht verpflichtend sein. Natürliche oder juristische Personen, die nicht gendern dürfen, keine Nachteile erfahren. Nicht zu gendern muss in unterschiedlichsten Bereichen, Hochschulen, Ämtern, Firmen frei von Zwang sein und darf nicht verpflichtend vorgeschrieben werden. Das sind die Forderungen, die im Volksbegehren stehen. Sie können es nachlesen. Das Recht nicht zu gendern muss der Einstellung des Einzelnen überlassen bleiben und soll eingefordert werden. Und dieses Volksbegehren ist zu Recht von über 154.000 Menschen unterschrieben worden. Denn es ist wirklich eine Vogue-Bewegung entstanden. Eine Vogue-Ness-Aufgeregtheit, die in einer selbsternannten Elite endet, die mit Gender-Sprachkreationen unsere Sprache wirklich verunstaltet. Und eine Elite, die sich jetzt wirklich mittlerweile zu Richtern aufspielt und uns erklärt, was die richtige Sprache ist. Die Genderitis führt zu einem Verlust des Sprachflusses und zur Unleserlichkeit von Texten. Gendern stiftet Verwirrung, ist gegen Grammatik und Rechtschreibwägeln. Das stellt auch der Rat für deutsche Rechtschreibung ganz klar fest. Asterichs, Unterstrich, Penenny, Sternchen und was es sonst noch alles gibt, ist nicht durch das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung abgedeckt und es gilt als orthografisch falsch. Mutter wird zum Geburtselternteil, Muttermilch wird zur Menschenmilch und spätestens, wenn man von Schützlingen und Schützlinginnen spricht, ist man beim Genderwahnsinn angekommen. Laut Befragungen sind 96 Prozent gegen die Genderei im TV, 66 Prozent und das sind zwei Drittel der Menschen sind ganz klar gegen diese Genderitis. Und es ist sehr, sehr bedenklich, dass eine klare Minderheit einer großen Mehrheit in unserem Land mit schon einigem Druck diese Genderei aufzwingt. Und wo bleibt die Forderung nach Barrierefreiheit? Die Genderei diskriminiert Menschen mit Sehschwäche, die das Penenny sehr schwer erkennen. Es erschwert das Abhören von akustischer Wiedergabe, von maschinellen Lesehilfen oder von Menschen mit Hörberänderungen ganz zu schweigen. Kümmern wir uns in Österreich endlich um tatsächliche Probleme von Schülern und Studenten und von Frauen und Müttern im Alltag und nicht um Gendersternchen, Unterstriche und andere formale Kleinkrämereien. Applaus Vielen Dank.